hallo zusammen heute mache ich mein letztes video über liontron ich habe seit frühjahr 2020 die batterien von liontron im sortiment ich habe preislisten gedruckt in schweizer franken weil wir halt hier eine andere währung haben solche banner gekauft von liontron also die kriegt man nicht irgendwie geschenkt die muss man dann kaufen und jetzt habe ich glaube ich habe bis jetzt noch nie was von liontron gekauft und zwar geht das anders der vertrieb oder der verkauf von liontron batterien der geht über boswerk gmbh das ist dann der bruder oder sohn je nachdem ist egal könnt ihr raus diese verkaufen mir diese batterien ist jetzt hier leer mit einem jahr garantie ich habe dann die batterien weiter verkauft mit zwei jahren garantie und jetzt habt ihr so eine liontron batterie bei mir gekauft nach zwei jahren und jetzt habt ihr ein problem damit weil die zelle nicht mehr funktioniert oder sonst irgendwas dann kommt ihr zu mir und sagt hey ich habe fünf jahre garantie liontron gibt mir fünf jahre garantie auf die batterien ich habe die bei euch bei mir gekauft also bei dir und ich will diese batterie ersetzt haben nur ich habe ja nur ein jahr bekommen von boswerk die garantie ist abgelaufen ein jahr kein thema das ist mein problem ich muss das mit dem kunden regeln schreibt der kunde an liontron er hätte doch fünf jahre garantie nein er müsse das mit mir regeln ich sein sein vertragsbau ok punkt fertig dann zweitens kamen doch noch dazu dass ich diese batterien nicht bekommen habe versprechungen waren offen die auch nicht eingehalten wurden dass ich habe hier eine arktik drin also leeres gehäuse dass diese batterien ja super sind arktik und so weiter und so fort ich habe ein paar videos gemacht wo das was versprochen wird nicht eingehalten werden kann weil es einfach nicht funktioniert mittlerweile habe ich dann gleiche batterien wie liontron einfach nur 100 150 ampere batterie im sortiment die importiere ich konnte ist containerwäse aus china der preis stimmt ich habe auch mich irgendwann mal ein problem damit das app nicht funktioniert oder so aber nie diese probleme die mit klein bei meinen batterien die kann man nicht auseinander nehmen diese könnte man auseinander nehmen ich habe alleine auseinander genommen schande ist ja wie die hier oben oxidiert ist man sieht zwar schon nicht schlecht aber hier ist eine richtige oxid schicht da ist alles oxidiert bei dieser batterie die funktioniert einwandfrei in ordnung aber bei dieser batterie wurde der kleber entfernt und somit ist die batterie erloschen es hat dann viel gebraucht dass ich die batterie dann auch wieder zurück bekommen habe punkt ja ist so finger drauf aufhören ich habe jetzt noch circa zehn batterien am lager diese zehn batterien könnt ihr auf der homepage schauen die seite sollte eigentlich dann aktualisiert werden was noch da ist die die batterien die ich nicht mehr habe sind natürlich nicht mehr drin die werden jetzt gelöscht das banner hier musste ich ja kaufen bei liontron oder bei boswerk wenn es einer interesse hat an diesem banner hier da ist das roll-up kann er sich bei mir melden baldmöglichst entweder in den kommentaren oder mail schreiben an info-at-wemo.ch der schnellere ist geschwinder ich schenk's er kann sie abholen und sonst schmeiße ich das in der tonne weil ich kann damit nichts anfangen für diejenigen die bei mir eine liontron batterie gekauft haben ich gebe zwei jahre garantie sollen sich in verbindung setzen mit liontron wenn sie älter haben wenn sie jünger sind werde ich natürlich hand bieten ihr könnt euch auch bei mir melden aber bei mir ist das thema liontron abgeschlossen fertig lustig wir haben noch die zehn batterien am lager weil eben die batterien werden viel versprochen und sehr wenig eingehalten das kann nicht beliefert werden und so weiter und so fort die werbung ist gut was dahinter steht nicht mehr und aus diesem grund höre ich auf mit liontron ich habe die eigenen batterien bin damit sehr zufrieden und so wünsche ich euch einen guten tag und immer genügend saft und ich hoffe die liontron batterien die fern abgeschaltet werden können habe ich irgendwo ein video gemacht macht nicht ein anderer und ich wünsche euch einen schönen tag